Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Lernvideo von Netzverb. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs Imprägenieren. Schaut und hört euch die Formen genau an und sprecht sie nach. Wir beginnen mit den Stammformen. Imprägniert. Imprägnierte. Hat imprägniert. Kommen wir nun zu den einzelnen Zeitformen. Den Beginn macht das Präsenz. Ich imprägniere. Du imprägnierst. Er imprägniert. Wir imprägnieren. Er imprägniert. Sie imprägnieren. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich imprägnierte. Du imprägniertest. Er imprägnierte. Wir imprägnierten. Ihr imprägniertet. Sie imprägnierten. Ihr könnt übrigens auch die Links in der Videobeschreibung nutzen. So könnt ihr schnell zu den gewünschten Formen springen. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe imprägniert. Du hast imprägniert. Er hat imprägniert. Er hat imprägniert. Wir haben imprägniert. Ihr habt imprägniert. Sie haben imprägniert. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich imprägniere. Du imprägnierest. Er imprägniere. Wir imprägnieren. Er imprägniert. Sie imprägnieren. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich imprägnierte. Du imprägniertest. Er imprägnierte. Wir imprägnierten. Er imprägniertet. Sie imprägnierten. Den Schluss macht der Imperativ. Imprägniere du. Imprägnieren wir. Imprägniert ihr. Imprägnieren sie. Das war unser kleines Lernvideo zum Verb imprägnieren. Hat es euch gefallen? Dann gebt uns einen Daumen nach oben. Vielen Dank fürs Schauen und bis bald. Das war unser kleines Lern. Vielen Dank.